Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir sprechen jetzt mit Vesimir und hören uns mal an, was er über den Sorry-Armen-Leo zu berichten hat. Wir verlassen Kermorhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie brauche ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören, Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Wundervoll. Ich muss gerade mal kurz die Tür zumachen. Und ich kann zumindest wieder die ganze Zeit stressieren. Und ich habe mich jetzt gerade auch nicht ziemlich schlecht. So, Tür ist zu. Da ist gerade was umgekippt. Tagebuch. Links klick auf das Rollensymbol oder drücke J, um das Tagebuch zu eröffnen. Drücke auf Quests, um eure nächste Mission zu sehen. Wähle den Quest Trank für Triss. Dann links klick auf Quest verfolgen, um die Mission auf der Karte zu verfolgen. Sorry. Neuer Eintrag. Eintrag für Triss. Dafür werden sie büßen. Das will ich hoffen, Wesemir. Das will ich hoffen. Gucken wir mal kurz um. Mh. Lecker, schmecker, klein und rund. Jot. Mh. Quest. Eintrag für Triss. Quest aus der Karte verfolgen. Ja, die Katzen sind tierisch laut. Danke. Oh, es tropft. Wir gehen jetzt nochmal schnell zum Kreis der Elemente. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert. Oh, Feldermutter. Cool. Kreis der flüsternden Steine. Eieiei. Das war ja eben ein ziemlich heftiger Part. Schön war es jedenfalls nicht. Segen der Luft. A-Zeichen. Intensität um 50% erhöht. Restliche Zeit Stunde 39. Was? Alter. Das ist ziemlich lange. Naja. Soll ja recht sein. Oh, Mann. Ähm. Ich schätze übrigens, ich habe mich ja ein bisschen verrechnet. Ich habe Freddy gesagt, ich schätze, ich brauche 100 Parts für dieses Projekt. Ich schätze eher inzwischen so auf 1000. Ich glaube, ich habe das Spiel deutlich unterschätzt. Okay, schade, ich kann mich nicht weiter hoch. Das wäre auch zu schön gewesen. Naja, dann suchen wir mal Triss auf. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equium aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Ähm. Wo bekomme ich Alkohol her? Weiße Möwe ist also Alkohol, okay. Das gefällt mir. Bereite Tränke während der Meditation sammelt zunächst die vorderlichen Zutaten. Machen wir. Ach, jetzt geht sie auf. Triss soll ich hier verlieben? Da liegt sie ja. Das kommentiere ich nicht weiter. Lagerfeuer. Links klick auf Lagerfeuer zünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp, meditiert an brennenden Lagerfeuern. Das Feuer wird sich selbstständig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Wenn ihr keinen Feuerstein habt, wirkt das Zeichen, äh wirkt das Igni-Zeichen. Ich möchte gar nicht meditieren, danke. Cool. Bei der Feuerstein kann man also auch meditieren, okay. Gut, mit dem haben wir auch gesprochen. Dann folgen wir doch jetzt mal der Quest. In die Küche. Ich habe übrigens vergessen, wo ich angefangen habe. Küchen-Kleiderschrank. Da finden wir Blaubeeren drücken, klar. Im Kleiderschrank. Zweimal Hähnchen-Käuler. Alter Schrank. Hier gibt es Fisch. Regeneriert Vitalität. Sie kann auch verkauft oder verschenkt werden, danke. Ausgenommener Fisch. Ja, das gleiche. Und Bier. Bock Bier. Mh, mh, mh. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. Komm. Es ist übrigens ein bisschen seltsam, sich selbst nicht zu sehen im K... Du Kumpel, das sieht ungesund aus. Das wollte ich nicht. Ich verbrauche versehentlich Mana. Hupsi. Was zum... Da ist ja besser drin. Man kann scheinbar nicht schwimmen, okay. Also wie gesagt, die Kerner spielen noch nicht furchtbar lange. Brötchen. Warum hat der ein Brötchen dabei? Oh, mh, lecker Brötchen. Aber ich nehme es mir gleich mit zu im Magen. Alter, ich meine mal ernsthaft. Wir sind hier... ... in einem ziemlich coolen Borg und alles ist verfallen. Ich nehme es mir gleich mit zu sehen. Juti. Ach gut, gut. Der Bastard. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber ich muss gerade mal mein Handy ausmachen. Ich glaube, ich habe auch schon wieder zehn Jahre lang geredet, so fühlt es sich zumindest an. Oh, das sind wirklich nur noch Überreste. Ich bräuchte übrigens mal Klamotten, ich laufe immer noch fast nackt rum. Und Feuerstein, cool. Danke. Treppe zu Triss Zimmer, ich weiß gar nicht, ob wir da rein dürfen. Bibliothek, gehen wir erstmal in die Bibliothek. Hier gibt es nämlich eine Kommode, uh. Mit zwei Metafelwasser, habe ich gar nicht gelesen, was das ist. Ist was zu trinken. Okay, kein Acker. Schade. Oh, die Aussicht ist so hübsch. Schade. Na ja, gut, dann gehen wir mal Treppe zu Triss Zimmer. Ich trau mich zwar fast nicht. Ist es abgeschlossen? Ne. Ich habe tatsächlich nicht abgehört, wieso ist die Wand durchsichtig geworden? Schränkchen. Wir klauen jetzt Triss? Das ist aber auch nicht so nett, ne? Siegmilch, Brot. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll, dass wir einfach Triss beklauen. Ähm. Okay, hier war ich schon mal. Cool, wieso hat Triss ein Privatzugang zu irgendwas? Ähm, das scheint immer noch hierzimmer zu sein. Oh. Ein bisschen Bockbier und ein belegtes Brot mit Huhn. Oh, das nehmen wir doch. Jetzt ist da noch eine Kommode, eine Schminkkommode scheinbar. Ah, Alkohol, okay. Viele halten ihn für den edelsten Wein der Welt. Ne, ne, ne. Ich frage mich, warum wir hier alles klauen können. Ich meine, das ist unsere Kollegin oder unsere Freundin oder sowas in der Art. Holztruhe, hä? Die war da irgendwo noch nicht, oder? Malmstein. Waffenausbaustufe. Erhöht den zugefickten Schaden um 20%. Und nochmal Tafelwasser. Okay, 5 ist also die maximale Stagbarkeit. Das ist nicht so cool. Schwebende Meldungen. Tipp, schwebende Meldungen wie zu schnell oder zu langsam könnt ihr in den Spieloptionen ausschalten. Oh, Gott sei Dank. Spieloptionen. Wo? Spieloptionen. Spielende Infoblasen weg. Feedback zur Sequenz. Textblasen finde ich jetzt cool. Tutorials sind okay. Untertitel möchte ich auch gern haben. Gut. Überreste. Kohle. Das ist jetzt einfach ein Zimmer. Hm. Geschmack voll. Nicht. Schränkchen. Ein Feuerstein. Ups. Ähm. Das wollte ich mit Sicherheit, ne? Ein Fass. Ein Schinkenbrot. Oh, geil. Hier möchte ich nicht wohnen. Schade, ich kann noch nicht in den Kamin reingehen. Gesellschaftssaal. Oh, die feinen Herren. Da gibt's. Hier finden wir. Der Fluch. Der Furchtbringer. Entschuldigung. Dieses Buch handelt vom Furchtbringer. Unbekanter Trank. Okay. Calcium. Elchimistischer Zustand. Er enthält folgende Substanzen. Wie. Vitriol und Rubendo. Rubedo. Rubedo. Ja. Und nochmal zwei. Schwalbe. Ah, okay. Ich dachte, das war Tafelwasser. Äh. Da. Schwalbe. Okay. Cool. Danke. Schönes Ohrneffektor. Und was ist das? Ein Beichtstuhl. Ah. Secrets. Tafelwasser. Ach, das ist die Kiste, die man mehr veröffnen kann. Okay. Ja, ist nicht mehr dran. Okay. Gut, jetzt habe ich schon mal die eine Ingredienz hier. Was braucht man jetzt noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Temerischer Eisen durch 1-6 Schaden. Das haben wir hier. Schaden minus 30%. Okay. Diese Waffe kann nicht in Kombination mit Kampfstilen des Hexes verendet werden. Wie kann ich die Waffe einsetzen? Oh ja, ein Ventalsfall. Okay. Ein Stahlschwert. Dient im Kampf gegen Menschen unwirksam gegen die meisten Ungeheuer. Wird bei Kampfstil des Hexos verwendet. Temerischer Eisendolch. Schaden 1-6. Diese Waffe kann nicht in Kombination mit... Warum nicht? Verstehe ich nicht. Ähm. Entschuldigung. Angst. Okay, jetzt habe ich schon drei. Verschiedene Waffen. Oh, hier steht... Achso. Okay. Angreifen kann ich hier wohl aber nicht. So, Kiste. Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Ein Anti-Hexer-Pamphlet. Beschreibt, wie gewöhnliche Leute Hexer sehen und berichtet von der Zerstörung K.A. Morgans. Unbekannter Trank und zweimal Meiße-Meiße-Würwe. Nachchemistischer Grundstuf für Tränke. Okay, da steht Alkohol. Ich habe den Alkohol gefunden. Hier einfach... Ähm, wir lesen jetzt aber erstmal nochmal eine Runde. Und zwar... Ah, okay. Boah, ist das viel. Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Von Anonymous. Wahrlich. Nichts abstoßenderes existiert, denn diese widernatürlichen Ungeheuer... Wahrlich. Nichts abstoßenderes existiert, denn diese widernatürlichen Ungeheuer... ...die man von Hexer nennt. Sind die... Ach, fick dich doch. Ich hasse vorlesen. Ich les einfach leise. Ihr könnt mitlesen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. Was ist denn ein Gesicht? Ein Glossar-Eintrag? Naja, Eintrag im Karbuch. Glossar-Hexe. Okay. Was auch immer ein Glossar-Scheiß ist. Tränke kann man also wohin legen? Das habe ich gerade mal lesen. Das lese ich auch noch. Der Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnlich seltenes Ungeheuer, den Furchtbringer. Gelernt? Okay. Ähm, das war das Tagebuch. Na ja, ja. Zutaten. Glossar. Aufgrund ihrer Anlassartigkeit, ihrer ungewöhnlichen Fähigkeiten und magischen Fertigkeiten werden Hexer als Ausgestoßene behandelt. Manchmal begegnet man ihnen gar mit Hass. Dieser Hass manifestiert sich in dem infamen Angriff auf Kermorlen, der zur Zerstörung der Festung führte und zum Tod einer Mehrzahl der Hexer. Die Überlebenden sind zum Aussterben verurteilt, da sie keine Nachfolger mehr ausbilden. Ne, wir hatten doch diesen kleinen Sack. Die Menschen brauchen Hexer, fürchten sie jedoch zugleich. Die umherziehenden Krieger... Die umherziehenden Krieger wecken Angst? Ah, okay. Die umherziehenden Krieger, also die Hexer, die wir sind, wecken Angst, da sie Mutanten sind und überwünschliche Kräfte besitzen. Ein Hexer ist selten ein gern gesehener Gast. Kontakt mit Angehörigen dieses Berufszeuges beschränkt sich stets auf das Geschäftliche. Bei Pogromen und Aufständen gegen alle, die Magie ausüben, werden Hexer stets zuerst angegriffen. Ich hab nicht mal ne Ahnung, ob was Pogromen sind. Entschuldigung. Hexenmeister Nur wenige Individuen haben das Zeug zum Zaubern. Und viele mit diesem Potential sind zum Wahnsinn, verdammt. Wenn die fragliche Person, auch als Quelle bezeichnet, nicht schleunigst erlernt, ihre Macht zu kontrollieren, mag sie oder er als halb verrücktes, sabberndes Orakel enden. Deshalb werden Schulen für Zauberer eingerichtet, an denen begabte Kinder viele Jahre lernen können, die magischen Fertigkeiten zumeistern. Ihre Macht lässt Zauberer langsam altern als normale Menschen. Sie können magische Energie aus den vier Elementen extrahieren, sich über weite Strecken befördern und sie können heilen. Aber auch im Handumdrehen töten. Ihr wissenschaftliches und politisches Wissen ist enorm. In Hinsicht auf Letzteres kommen viele Zauberer statt ein Oberhaften gleich. Und Medizin. Seit Jahrhunderten suchen Krankheiten die Menschen heim. Doch als Jan Becker die Macht seinem Willen unterwarf, erlangen die Menschen eine mächtige Waffe im Kampf gegen Krankheiten. Magier studieren Bakterien und Viren, die Verbreitung von Erregern und Genetik. Ihre Erforschungen werden von Medizinern aufgegriffen, die Krankenhäuser errichten und immer wirksamere Medikamente herstellen. Außerdem gibt es magische Stränke, die Wunden und innere Verletzungen heilen können. Viele Anwender der Magie, darunter Martin Sodergreen oder Wiesan, sind Heiler geworden, ziehen durch die Welt und setzen ihre Magie zum Wohl an Reihen. Boah, ist das lang, Alter. Ungeheuer. Furchtbringer. Vorkommen. Furchtbringer sind sehr selten. Sie entstehen als Folge magischer Experimente, um einen Fluchbringer zu erschaffen, muss ein Magier Grundwissen über Mutationen und große Macht besitzen. Immunität. Furchtbringer sind gegen fast alle Effekte immun. Wow. Anfälligkeit. Empfindlich gegen Stahl und Silber. Sehr empfindlich gegen laute Geräusche mit hohen Frequenzen. Das ist gut. Praktisch. Im Kampf verlassen sich Furchtbringer auf ihre Größe und Stärke. Sie versuchen ihren Gegner niederzuschlagen und ihnen dann einen tödlichen Hieb zu versetzen. Alchemie. Furchtbringer. Augen und Klauen. Der erste Hexmaier, der einen Furchtbringer erschuf, war der berüchtigte Renegade Dagobert Sulla. Oder Sulla. Ein fleißiger Student der serikanischen Meister der Chemie und Aufseher in Kermorren durchgeführten Prüfung der Gräser. Der Gräser. Was auch immer das ist. Als Sulla und erkannte, was er für einen Scheusal in die... Was für einen Scheusal er in die Welt gesetzt hatte, soll er gerufen haben, was habe ich getan. Er vernichtet das Ungeheuer. Er vernichtet das Ungeheuer. Seine Aufzeichnungen hingegen blieben erhalten. Okay. Wundervoll. Oh, da haben wir noch keine Charaktere. Da haben wir schon tausend Stück. Boah, wir haben achttausend Sachen jetzt noch durchzulesen. Weiße Möwe. Ich glaube, ich habe schon 30 Minuten wieder voll. Weiße Möwe ist ein halluzinogenes Getränk, kann aber auch zur Herstellung anderer Tränke genutzt werden. Es dient als Grundstoff für komplexe Tränke und erlaubt bis zu fünf Zutaten. Okay. Schön, schön. Dieser Trank wird durch Mischung von Zutaten hergestellt, die insgesamt aus zwei Maß Vitriol und einem Maß Rebis bestehen. Sein Grundstoff muss starker Alkohol sein. Oh, starker Alkohol ist gut. Dauer der Effekte? Lang anhältend. Toxität? Mittel. Weiße Möwe ist ein mildes Halluzinogen, das in den langen Nächten, während die Hexer in Festungen überwintern, Freude spendet. Oh, das war cool. Die Hexer stellen diesen Trank unter der Verwendung geheimster Saphrotrophen her, die in den Kerkern von Kermorhen wachsen. Aber man kann ihn auch aus herkömmlichen Zutaten brauen. Okay. Waldkauz. Effekt der Trank Waldkauz erhöht deutlich die Ausdauer-Regeneration. Dieser Trank wird besonders von Hexern geschätzt, die häufig Zeichen im Kampf benutzen. Okay. Ich benutze, glaube ich, gar kein Zeichen im Kampf. Zubereitung. Der Trank wird aus Komponenten gemacht, die insgesamt aus einem Maß Vitriol und zwei Maß Äther bestehen. Äther? Okay. Starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Dauerlang anhältend. Toxitätmittel. Wenn sich ein Hexer auf eine Nachtwacht an der Seite des Verfluchten oder auf einen langen Kampf mit einer Bestie vorbereitet, stellt er zuerst den Trank Waldkauz her, weil dieser die Ausdauer immer immens steigert. Schwalbe-Effekt beschleunigt die Regeneration der Vitalität. Zubereitung. Dieser Trank wird aus Zutaten gemacht, die insgesamt aus einem Maß Vitriol und einem Maß Äther und zwei Maß Rebis entstehen. Ein hochwertiger, starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Dauer? Kurz. Toxität. Mittel. Es gibt keinen schöneren Vogel als die Schweibe. Vorbote des Frühlings. Vorbote des Frühlings. Selbst dunkle Magier, die die Formel für die Tränke der Hexer entwickeln, schätzen den Liebreiz dieses Vogels und gaben einem Trank der die Regeneration der Vitalität in einem mutierten Organismus beschleunigt seinen Namen. Nicht Orgasmus. Danke, Fischi. Donner. Effekt erhöht den Gegnern zugefügten Schaden immens, verringert jedoch Ausweichen und Parieren. Zubereitung. Dieser Trank wird hergestellt durch Mischung von Zutaten, die einem Maß Vitriol, einem Maß Hydragenum, einem Maß Rebis und zwei Maß Kamin enthalten. Sehr hochwertiger, starker Alkohol. Ja, ja. Dauer lang anhaltend, Toxität hoch. Hexer nehmen diesen Trank ein, bevor sie gegen starke, schwer gepanzerte Gegner kämpfen. Durch Genuss von Donner geraten Hexer in eine Kampftrance. In diesem Zustand können sie effizienter angreifen und fügen mehr Schaden zu, vernachlässigen aber zugleich ihre Verteidigung und werden zu leichteren Zielen. Alter Lachs. Quest. Verteidigung von Kermoran. Leo starb von der Hand des Professors, des ausführenden Banditen. Ich muss mich zuerst ausruhen und mich dann in der Burg umsehen, um sicherzugehen, dass mit Triss und den anderen Hexern alles in Ordnung ist. Ich sollte die Einringler eintreffen, die überlebt haben, werde ich dafür sorgen, dass sie Leos Tod bereuen. Ich muss mich in der Burg umsehen und mich vergewissern, dass mit den anderen das okay ist. Okay, muss ich auch nochmal. Eintragen für Triss. Charaktere. Okay Leute, das lesen wir nächstes Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und entschuldigt, dass ich im Lesen eine wahre Niete bin. Aber das lerne ich bestimmt noch in diesem Projekt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.